Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier bei Ripeout Wir spielen heute mal Ripeout, habe ich mir gedacht Ja, gucken wir mal hier, ich hoffe ihr kennt das Spiel Wow, es gibt gerade noch mal ein Spiel, wow Die Leute spielen ja gar nicht mehr hier Mensch Naja, da treten wir wenigstens jetzt bei Ich nehme einfach das, ist schon gut Team wählen, oh, ich bin ein Level Deutsche Ja, ich will das nehmen So geht's jetzt los hier Komm, mach mal hier Gut, Spiel beginnt jetzt gleich Ich denke, man wird nicht eine lange Runde, Leute Drücke im Sprung die Links-Rechts-Links-Taste um Oder die Rechts-Links-Rechts-Taste um einen Überschlag auszuführen Für einen vorreichend ausgeführten Überschlag herzudehnen Alles klar Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie man richtig Gas geht Ich glaube R2, oder? Ich glaube X Oh, ein paar Gründen habe ich Jetzt bin ich auf die Ecke Oh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich werde nicht sehen, wenn ich da Der hat mich eliminiert. Den kriegen wir noch, oder? Den kriegen wir noch, oder? Den kriegen wir noch nicht. Gremst man überhaupt? So, der kann mir noch fallen gehen. Ja. So, hier. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Wir haben noch nicht gewonnen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Oh, hat er etwa Robben? Pro Gamer, mein Abonnent hat ja ihm auch abgezogen. Jetzt schreibt er, ob ich Robben will. Hm, ja gerne. Den gibt er mir eh nicht. Ich werde ihn gleich mal fragen. In der Runde. Oh Mann, der ist besser. Ja, bin ich da reingefahren? Ich trottel, ey. Der ist gut halt. Der ist gut, ne? Ja, Junge. Jetzt bin ich nur richtig gestoppt. Warum hat er mich jetzt inneniert? Nein. Nein. Oh Gott. Oh. Oh, scheiße. Okay. Jetzt muss ich noch was drücken. Ja, ist klar, ey. Das ist gut. Hat er nicht das Spiel verlassen? Nein. Nein. Das kam sehr 2017embrand. Ja, das ruft. Oh mein Gott. Er macht immer richtig gut Damage, äh Damage, ja, ich meine ich verfolge ihn, weil ich es natürlich nicht mache, so, ja wo hat der da, Mann, ich habe ihn wenigstens auch indemniert, also, ja, das ist ja jetzt nochmal zum testen hier das Spiel, also ist jetzt nicht gerade der Burner hier noch, das war vor einigen Jahren der Burner, wie man merkt, der Junge jetzt aber, Mensch, ja, Leute, er hat gewonnen, dann darf ich euch viel zuschauen, ich hoffe, das hat euch gefallen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es bitte in die Britte, also, ja, ich sag mal, ciao.